Tür, okay. Das sieht man nach dem hindischen, ja wegen den Farben, nach dem hindischen Drip. Ja. Ich erwarte es. Kennst du das? Kennst du das Drip? Nein. Kennst du das Drip und du indische Filme schaust und du sagst, das ganz normale Gespräch, okay, das indische Film, du sagst, wie du hast mir nicht zum Frühstück gemacht und dann schaut sie einfach, sie rät mit dir und dann rät sie so, ich habe noch nie einen indischen Film gesehen. Bruder, bitte. Er hat doch nie einen indischen Film gesehen, Bruder. Was ist denn los mit dir? Was ist los mit dir, Bruder? Holi-Food auch nicht. Du bist nicht Shahrukh Khan. Kennst du Shahrukh Khan nicht? Shahrukh Khan, die Legende. Ich habe von ihm gehört. Bruder, Shahrukh Khan sieht seitdem er 15 ist gleich aus. Ey, warte mal, was hast du in deiner Jugend überhaupt gemacht? Kennst du Pogo? Text geschrieben. Ja, kenn ich. Er hat Texte geschrieben. Okay, kennst du Mask? Wie Mask? Der hat den Zeichentrick Mask. Kennst du das? Natürlich, Bruder. Natürlich kennst du Mask. Die Maske, der Grüne kennt das. Nicht der. Ey, bist du lost? Wird der. Wer meinst du? Ich mein Mask. Na, kenn ich nicht. M-A-S-K. Na. Kennst du nicht? Na. Kennst du Marshall Graves Star? Na. Ja, siehst du? Das war mein Po, das war mein Dragon Ball. Kennst du die fucking Power Rangers Spass? Ja. Bruder, sag mir jetzt nicht, dass du nicht Sailor Moon kennst, Digga. Doch, die kenn ich. Kennst du Sailor Moon? Manu? Der kennt Sailor Moon. Ey, Manu, okay, warte, warte. Ich hab echt eine serious Frage. Hast du Sportfub gefeiert? Bitte sag er. Nein. Ey, was? Ne. Er hat Sportfub nicht gefeiert. Was? Du kennst den dreckigen Dan nicht? Fuck. Manu, kannst du mit deinen Schuhen einfach abhauen. Manu hat das ganz schönste Verdeckung. Guck mal, wie Trigger triggert. Achso, ich krieg sowieso gleich Schläge, deshalb ist es okay. Bei der Kampfer ist noch einer auf Rapa. Manu so, nach dem Stream, du dreckiger. Nächstes Mal richtig auf Haus kommt der Schlag aus der Hälfte. Wir haben wohl bald einen neuen Ikea-Verteidiger. Okay, jetzt mal zurück.